Heute hier mit Marius und Juli an einem schönen Dienstag, an dem man sich mal freigenommen hat, um eine coole Tour gehen zu können und zwar auf die Kreuzspitze, die man von hier was nicht sehen kann. Und wenn alles optimal läuft, dann geht es auch noch zum Kreuzspitze rüber. Und hier müssen wir jetzt durch dieses urzeitliche Geröllfeld, was früher mal ein Gletscher war oder so, den Einstiegsweg finden, der irgendwo da hinten ist. Ich kann mich da auch nicht mehr ganz genau erinnern, aber wir finden den schon. Gemütlich geht es los. Die Tour eignet sich vor allem für Leute, die gerne testen wollen, wie es ist, von einer Wanderung in Richtung Bergtour zu gehen. Nun sind wir bei Part 2 der Tour angekommen, nämlich der wunderschönen Kreuzspitz-Mondlandschaft. steigend geht es über das Geröll schweißtreibend bergauf. Beim letzten, ne, vorletzten Part ist zur Kreuzspitze angekommen. Und das ist hier noch einmal mit der schönen, bulligen Front der Kreuzspitze im Visier. Breiter Weg und Gipfelaufbau vorne. Und jetzt wird es gleich richtig spaßig, wenn wir uns da hochkraxeln werden. Die Kraxelei ist prinzipiell nicht schwer, aber die ein oder andere Hand sollte man dann doch verwenden, um das Gleichgewicht zu halten. Ein Sturz hier wäre nicht angenehm. So, fast geschafft. Noch ein kleines Stückchen. Und dann sind wir am sehr aussichtsreichen Gipfel der Kreuzspitze, den man da vorne schon sehen kann. Nachdem das Wetter gepasst hat, haben wir uns nach dem Erreichen des Kreuzspitz-Gipfels dazu entschieden, auch noch zum Kreuzspitze zu überschreiten. Dies beginnt mit einem relativ schmalen Grat, der für mich persönlich auch schon die erste Schlüsselstelle, nämlich die psychologische Hürde darstellt. Wer dies meistert, der sollte mit dem Rest des Grates kein großes Problem haben. So, jetzt kommt neben für mich die psychologische erste Schlüsselstelle, kommt hier die faktisch erste, die aber wohl durch diese Kette überhaupt keine Schlüsselstelle ist. Ist ein bisschen bröselig. Ist eventuell ein bisschen rostig. Man weiß nicht, wie gut sie noch ist. Und sie hängt halt ziemlich tief. Also, ich würde mich jetzt nicht 100% darauf verlassen. Aber ich würde sie als Unterstützung auf jeden Fall nehmen. Hier, so. Jetzt gehe ich hier runter. Am besten rückwärts. Das macht es einfacher. Danke für die Anleitung. Sehr gerne. So, da muss man wieder schauen. Ein bisschen basteln muss man wahrscheinlich, wie man da am besten runterkommt. Aber da unten müssten ein paar Griffe sein. Ja, ich spüre den ersten mit meinem Fuß. Und dafür ist die Kette jetzt Gold wert. Und schon bin ich unten. Die Stelle ist tatsächlich von oben über die Platte schwierig einsehbar. Wenn man jedoch weiß, dass sich darunter gute Tritte befinden, ist sie gut machbar. So Leute, jetzt ist erstmal wieder alles easy. Bis später irgendwann. Hier muss man sich so ein bisschen seinen Weg selber suchen. Wahrscheinlich da vorne lieber. Immer aufpassen und nicht den Felsen vertrauen, weil die sehen alle super brüchig aus. Jetzt bis zum Kreuzspitzel hinter wird das alles halbwegs Gehgelände sein. Wenn man konzentriert geht, ist das eigentlich wieder eher ein Wanderweg als irgendwas Schwieriges. Das Schwierige ist wirklich da nur am Anfang. Aber Konzentration ist natürlich weiter angesagt. Vor allem weil es immer schön splittrig ist. Und auf die lange Rutschpartie, glaube ich, verzichtet lieber jeder. Man ist nicht die ganze Zeit oben am Grat, sondern eben auch querend hier. Ja, das müssen wir jetzt alles hier so absteigen, bis wir dann da vorne wieder alles aufsteigen. Ich frage mich, wie kommen diese kleinen Steinchen hier eigentlich auf den Berg hoch? Wer hat die alle hochgeschleppt? Wir sind jetzt schon halbwegs. Wir sind jetzt schon halbwegs. Wir sind hier am Grat. Julie quält sich noch ein bisschen mit dem Bröselgelände. Es ist echt ziemlich schottrig. Es ist jetzt nicht unbedingt schwierig zu gehen, aber man muss sich halt konzentrieren und Stück für Stück runterarbeiten. So, da vorne sieht man schon das Kreuzspitzel. Wir sind jetzt eigentlich im letzten Abstieg, bis wir in die Scharte kommen, in der man dann zum Kreuzspitzel aufsteigt. Da ist dann die letzte Schlüsselstelle nochmal, nämlich eine kleine Zweierwand. So, wir haben es in die Scharte geschafft zwischen Kreuzspitze und Kreuzspitze. Jetzt ist der Abstieg nochmal super bröselig, aber da muss man halt einfach durch. Hinter uns geht es jetzt hoch auf das Kreuzspitzel und der Weg geht jetzt hier zu diesem schwarzen Schlitz da vorne. Dann seitlich hoch, rechts rüber und dann kommt da eigentlich die Kletterstelle. Hier ist das Steinwandern, an dem man sich orientieren kann. Das heißt, wir sind richtig. So. Ja, Schlüsselstelle, aber die ist okay. Nicht richtig ausgesetzt, deswegen kein richtiger Mindfuck. Das muss hoch, gell? Hoch. Das muss nach oben. Da oben sind die Steinwandern. Da. Die zweite Schlüsselstelle, eine Zweierkletterei. Im Aufklettern sicher einfacher als im Abklettern. Deswegen empfehle ich die Runde von der Kreuzspitze zum Kreuzspitzel. Das ist auch mit deinen Stöcken, dass du nicht hängen darfst. Sehr gut. Auch eine Möglichkeit. Sehr gut, Leute. Das war das Schwerste. Ich glaube hier, das müsste der höchste Punkt des Kreuzspitzes sein. Da, der Steinhaufen. Das ist das Gipfelkreuz. Das Ende ist der Grenzstein wieder. Und das da vorne wird unser Abstieg da. Unglaublich lange. Fucking Clarke. Bis zum nächsten Mal.